Boah, hat er gerade ernsthaft einfach meinen Sprachfehler korrigiert? Ja, ja. Also ich finde, dafür sollt ihr eine Strafe mit einem Skin bekommen. Oder du, weil du nicht aufgepasst hast. Okay, ich will aber keinen anderen Skin mehr helfen. Ach nein, nein, du kannst ja auch einfach in ein Loch fallen und dann greifen nicht ganz viele Zombies an. Vielleicht schon Bacca in so einem Dino-Kostüm. Geil. Und so ein Wookiee in so einem Dings. Oh, ne, wenn ich jetzt wieder eine Stream-Shop spielen, dann internet schon wieder. Ach, meins auch. Ich will einen Stream. Komm, wir essen Weihnachten, lass sowas spielen. An Weihnachten. Okay, und als Name heiße ich Opa. Ja. Immer noch. Ich habe aber keinen Bock, in ein Loch zu fallen. Und dann wegen Zombies zu sterben. Nein, wir schubsen sich nachher zu den Stein-Zombies. Ich habe immer noch Angst, dass da einfach Zombies kommen, wie Luki heißen. Und dann auch noch meinen Skin haben. Ich habe hier noch Essen drin. Ich hole erst mal seinen Esel. Lalalala. Okay, Essen habe ich noch. Hallo, Lemming. Oh ja, da ist Lemming. Ich weiß, wer ist jetzt nicht. Oh, ich glaube, das ist der auch. Der hätte ja... Ja, der hätte ja noch sein Normal-Skin, glaube ich. Ich bin aber noch gar nicht fertig. Ich bin aber noch gar nicht fertig. Ich glaube, da muss ich noch lange fahren. Ja. Ich hoffe echt, dass Mackey jetzt bald unankommt. Aber er hat eigentlich gesagt, er kommt heute Morgen. Hast du ihm schon geschrieben? Dreimal. Oh. Und er antwortet sonst immer. Sonst? Feigenraten, bitte. Er wurde bestimmt von, äh, ähm, wie heißt, gefährlichen Feigen entführt. Oder Magerskeletten. Genau, diese Feigenraten immer. Ja, schlimm, oder? Zum Glück, denke ich. Genau aus. Jetzt bitte leise sein und keine Larmen da sagen. Ich hab nur Lust, anders zu halten. Oh, hunde. Was? Wenn es noch? Oh, Jenny, sieh' den jetzt. Du hast ja, du hast ja sehr viel. Was hab ich? Äh, schönes Kreuzchen im Top. Oh. Ja, äh. Jetzt geht's. Jetzt an 2. Jetzt geht's. Jetzt an 2. Düm-dü-düm. Becky. ja es ist ich angst haben nein nein ich nehme lieber mal mein handy und guck auf den stream was mit mir jetzt los ist es dann online 17 uhr lecky ist aber auf skype akku hast du den das schon mal angeschrieben ich hab ihn ja nicht bei skype äh ja habe ich ihn angeschrieben gerade so ich kann eine beere verschenken auch okay ich bin normal also schönen abend noch abend ist gut aber erst gleich weil ich karte fahre Weltgefühl schon wieder ich will echt nicht wissen wie ich aussehe nein online ich hab da gerade irgendwelche teile und welche sporen eier fliegen sehen und das mager skelett tötet die jetzt alle oder es gibt ja ganz schön kindenbeutel auf einmal habe ich gleich so ein op-schwert in der hand das brauche ich nicht ist ja doch aber das mache ich mir selbst okay den trank kenne ich noch gar nicht tank der weisheit sprungkraft und feuersturz ein messehalle alte so dann kam ich einfach noch mehr mit auch mal nicht so dass 24 das da so unendlich langer allerdings ist mir du brauchst insgesamt 128 wäre also zwei sticks ja und ich habe gerade gesehen man kann keine quest items miteinander teilen also ja musste jeder selber fahren ist man kann nur die beute halt weitergeben genau und jetzt beginnt es schon wieder wird eventuell eine rüstung erzielt wäre nicht ganz falsch ich mache gleich schweizer käse aus auch warum hast du jetzt schweizer käse gesagt wenn archery den stream kommt muss man doch immer angst haben oder ich nur archery aber schweizer käse wäre ja nicht lustig da muss noch was anderes dazu machen wir bärenkäse draus dann passt das zur quest also ananas ist zwar lecker aber nicht mit käse die rüstung eigentlich sind gewachsen bärencheese ja sie haben futter bekommen da ist doch locker kein bären klar so schnell groß werden ich weiß nicht ich weiß nicht was archery den zum fressen gibt heißen doch nur anders wahrscheinlich ganz exklusiven käse aus mega mager milch ja von mega skeletten äh mager skeletten was wie ja jetzt genau so was na los drop doch mal wenigstens einen helm ein helm für jeden sicher dass die wirklich helme droppen die haben ja auch kein auf oha der skin sieht lustig aus jetzt alter was haben die denn jetzt auf so brillen ja sieht aus oder meinen kopf ich bin super boah die machen aber einiges an damage oh gott wääh jetzt hab ich mich erschreckt vor den Viechern hier lang ist er boah so mit brillen hätte ich auch extrem gerne alter ich ja auch das ist meine färre schließt vor ich wollte gerade eigentlich im internet noch kurz mein skin ändern aber brauchst du nicht das wird hier erledigt da hält ich weiter für immer auf ich hab da so einen speziellen skin so ein spongebob skin oder was leider ist da auch ich hab angst dass ich jetzt ein spongebob skin bekomme das ist nicht passiert wenn wir kein spongebob skin bock event aber bin ich gleich so ein sieger ach sie sich sitzt hier gemütlich auf der bank mit meine kleinen freunde die renn käse leute hinterher und bieren leute und lockieren auch hinterher ja ja stimmt die rennen wir auch hinterher wenn ich vielleicht gut bin gehe ich auf und es ist so langweilig mit der zeit warum kriegt man nicht einfach rot getöteten dings im ganzen stack das wäre ja zu schnell dann wäre es auch zu schnell besser jetzt schon lange durch ja aber trotzdem ist doch mit folgen ja weißt du bekommst ja wenn das was ich gestern gehört hat stimmt und auto gutschein aber das heißt nicht dass man den noch einlösen kann die überlegen sich das doch noch hat er hat das gestern wird trotzdem es gibt ja irgendwelche besonderen sachen und wenn man das zweite stunden hat ist ja kann man nicht so nicht stolz darauf sein dass man die da dran richtig und tschüss jetzt auf tschüss ich komme aber noch online nachher abend ich muss heute noch mal zu lernen so viele rüstungsteile und immer noch kein hell und da wurde jemand erschlagen auch feigen rate bringt besuch mit ich hoffe du hast genug essen es sind sehr viele gäste da war ein ganz zu viel kein problem ich bin hier im bett war ich spawne direkt hier du bist wieder zahnpasta ja du hast ja jetzt damit ein hohen punkt hier gesetzt wenn ich endlich mal das heißt du musst nachher nach hause zu fuß laufen genau ist bald mittagszeit deswegen fahre mich jetzt hier noch mit und dann nachher die neue quest fange ich nachmittag erst an es lohnt sich jetzt nicht für die zehn minuten dich noch ordnen was neues anzufangen vom reinen skin hier macht es aber gar keinen sinn mehr dass die helme droppen weil die haben ja nicht mehr einen auf wenn du sie beschützt warum greifen sie dich dann an aber die sind halt so jungen und für spiel die wollen nur spielen und da kommt noch mehr besuch nenn Das war's für heute. Benjo hat sich Arch-Archie vollzahlt Oder es gibt nur einen Zwischentausenden Das ist ja natürlich auch möglich Jeder Tausendste trägt einen Helm Oder ne, er hat die Wahrscheinlichkeit zu einem Prozent auf einen Helm Dann wird man den Benjo ins Feuer verkaufen Das auf jeden Fall Er denkt nur an Profit Aber ein Kontostand sieht leider nicht so schön aus Na, wir haben schon wieder Tag, hier sind nicht mehr ganz so viele Ab in den Rolls Oh, die Kopra ist ja auch hier Jep, er färmt auch noch Wir haben ja gestern zusammen aufgenommen und haben genau hier aufgehört Oh mein Gott Oh mein Gott Ruhe Oh mein Gott Da ist Racer, den lasse ich mal anrufen Da wurde jemand von der Frostspinne niedergestreckt Ich bin mal gespannt, wie viele Stein-Zombie-Viecher wir dann in der nächsten Aufgabe besiegen müssen Wenn wir Glück haben, leben die aber in der Höhle, sodass die immer spawnen und wir nicht warten müssen Ja Da kommen sie wieder, die Waldjäger Ja Hey Robi Keine Tausende Gut, die nächste Aufgabe verspricht also auch wieder Zeit, intensiv zu werden Gestern haben wir schon ein paar beendet, oder? Ja, Archery zum Beispiel Und dann noch einer, der seinen Namen ständig geändert hat Oder Notch, Notch hat er auch Ein Ehrenbesuch Genau War da schon ein normaler Spiel dabei? Weiß ich nicht Das war ja gestern auch nicht die ganze Zeit online Och, wir brauchen eine neue Truhe, die Truhe ist voll mit Waffenzeugen Waffenzeugen Ihr könnt alle eil sind War komisch, dass noch niemand den Helm bekommen hat Wieviel haben wir jetzt eigentlich schon für Bilol, Digga? Äh, kann man doch nichts hin Ich hab 33 Tintensäcke Ich hab auch mal 5 Dann 38 5? Wieviele braucht ihr noch? Na gut, müsst ihr umtauschen Ja Aber Bilol wird sich freuen Glaub ich Da heißt, ich sollte der schon einige schaffen Ich glaub mindestens ein Stack Wart, sie müssen bei mir so Jo Das heißt also, ihr seid auch schon fertig? Theoretisch Ja Äh, mit der Quest hier, ja Ja, mit der Quest, ja Mit dem Chat Naja, endlich kann ich mehr Traum machen Ja Ja Hahaha